Hallo, mein Name ist Martin Giesven. Ich bin Digitalunternehmer und Fakultätsmitglied bei der WU Executive Academy. Mein Schwerpunkt beim Recruiting Campus ist alles rund ums digitale Recruiting. Das heißt, wir werden gemeinsam hineinschauen, wie können wir in der digitalen Welt unsere Reputation als Recruiter noch steigern, um die besten Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen zu können. Und wir werden darüber diskutieren, wie wir mit diesem technologischen Fortschritt überhaupt Schritt halten können, wie wir uns in unserem Arbeitsalltag hier einfach und leicht informieren können und auch eine Abschätzung treffen können, welche Technologien für unser Unternehmen und für das Recruiting unseres Unternehmens in Zukunft zentral sind. Ich freue mich sehr zu diskutieren mit euch und natürlich mit vielen, vielen Inputs aus der Realität beispielen und einer guten und intensiven Diskussion, die euch weiterbringt im Recruiting.